Mein Name ist Bruno Reuter. Im März 2017 setzte man mir erst mal eine Stimmpothese der Firma Blomzinger ein. Und diese Stimmpothese habe ich ein Jahr ohne Beanstandung genutzt. Es war kein Vergleich zu den vorherigen Stimmpothesen, die ich getragen habe. Dann wusste ich alle drei bis vier, spätestens nach fünf Wochen, wieder Wetzel.